Ah, Jesus greift, Ali, ah! Ah, 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 ah! Punkt A reimt sich auf 14. Genau. Es ist der 14.12. Der Online Adventskalender geht in das letzte... Drittel? Welches Jahr denn überhaupt? Qua? Und heute, kein Rückblick, heute gibt es wieder was zu gewinnen. Wie angekündigt gestern, heute wieder zwei Tickets für die Halle Münsterland im Dezember 2011, also in einem Jahr. Ziemlich genau in einem Jahr. Ja. Das finde ich geil. Es war so gut dieses Jahr. Das sind 3.000 Leute und einer davon bist du. Ja. Oder du. Einen heiligen Spaß. Was haben wir denn? Wir müssen uns schon mal eine Quizfrage... Ja, aber was reimt sich auf A? Genau. Was reimt sich am besten auf A? Ihr habt das gerade mitgekriegt. Schreibt die Antwort hier auf die Facebook-Seite bei uns. Oder wenn ihr es gleich bei Facebook guckt. Schreibt es uns per Mail an Adventskalender. At Donuts.com At Donuts.com Hab ich vorher immer Online Adventskalender gehabt? Nee. Einfach die Antwort an, was reimt sich auf A? An Adventskalender. At Donuts.com Und schon könnt ihr zwei Tickets für die Halle Münsterland im Dezember 2011 haben. Und allen anderen seien es ans Herz gelegt. Schnappt euch am besten jetzt auch schon ein Ticket. Seid dabei. Das wird super. Weil dieses Jahr war es super. Und man weiß ja beim zweiten Mal wird es noch superer. Und beim dritten Mal wird es ja noch superer. Das ist ja wie bei Star Wars. Das stimmt doch nicht. Der zweite Star Wars ist gar nicht so gut wie der erste Mal. Vor allen Dingen wird es in 2011 glaube ich fast keine Club-Shows geben. Es gibt drei im Januar. Ansonsten dürfte so gut wie nichts passieren. Und wenn alles hinhaut. Wir sind ja quasi schon dabei neue Songs zu schreiben. Wenn alles hinhaut wird nämlich die Halle Münsterland Show in 2011 so was wie der Anstoß zur neuen Platte. Wer weiß ob es hinhaut. Ansonsten ist es einfach eine super Show. Es haut hin. Morgen wieder Rückblick. Oh, wo sind wir denn? August 2010. August 2010. Also wir überlegen mal ein bisschen was da passiert ist. Wir sehen uns morgen. Viel Erfolg beim Gewinnspiel. Voll. Voll toll.